Es wird heute eine der tollsten Sendungen der Welt. Deutschlands größte Magier. Die sensationellen Ehrlich-Crossers. Mini-Kleid muss ich nicht anziehen, oder? Und Deutschlands coolste Band. Hey, passt auf! Hier ist es Revolverheld! Zu Gast bei Deutschlands Comedy Queen. Soll ich mich schon mal ausziehen? Was ist denn? Schließt du eigentlich nackt, oder? Ich hab's noch nicht probiert. Schütz-Rot-Pink. Wenn ihr mich anfassen möchtet, ist das kein Problem. Am Freitag um 23.15 Uhr in Sat.1. Schütz-Rot-Pink.